Moin moin Leute, weiter geht's mit Dragon's Dogma. Ich hab mich über die Quest ein bisschen informiert. Und zwar hat man vier Tage Zeit, diese Beweise zu sammeln. Und scheinbar gibt's in Furniewalds Haus auch noch welche. Ich weiß noch nicht mehr, welches Furniewalds Haus... ach, wir gucken mal an. Welch ein Zufall. Das wird einem nämlich hier nicht auf der Karte angezeigt. Der sieht irgendwie aus, als hätte er keine Arme. Ich bin ein Zufall, wie ein gewöhnlicher Kriminein. Das ist Wahnsinn. Und Böden... Wahnsinn! Oh mein Gott. Du da, du bist ein Kind. Es gibt noch Zeit, bevor meine Beweise zu entscheiden. Ich versuche, für meine Beweise, wie man kann. Wenn du mich durch diese Wurzeln schäuert, werde ich dir bei dir auf Kosten für den Rest von meinen Tagen. Das ist ein sehr wertvolles Auftrag, oder? Jetzt geh' und versuch' einen Ende zu dieser Farse. Ich bin stolz, von dieser Verkaufung zu verletzen. Bitte, Sir. Habe ich die jetzt im sauberer Lappen? Juhu! Im Inventar oder im Lager? Muss ich mal gucken. Die ist wahrscheinlich verschlossen. Kann wirklich sein, dass ich die im Lager habe. Oder hat Lily die? Hast du sie? Nein, du hast nur ein Zielkristall. Ich glaube, da solltest du noch einen mitnehmen. Die Dinger hätt' ich mal viel vorher setzen sollen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Dann geh' ich mal im Lager gucken und mal pennen, um zu sehen, wieviel Zeit ich noch hab. Ich meine, im Endeffekt ist mir das egal, ob der verurteilt wird oder nicht. Ob der wirklich schuldig oder unschuldig ist, weiß ich einfach nicht. Bis ich nicht diese komische Liste habe. Das war doch so ne Einkaufsliste. Hatte die nicht was mit Geldwäsche zu tun? Ja, ja, ja. Nein, nicht ein Lager. Was wird es heute sein? Sooo. Ne. Ach guck mal an, da habe ich ja noch mehr Suchermedaillons. Da habe ich ein herzogliches Banner, da brauche ich aber zwei von, um, glaube ich, meine Waffe zu verbessern. Das ist scheiße. Ne, habe ich nicht mehr. Blöd, blöd, blöd. Wo wird es da sein? Hatte ich nicht noch ein Zielkristall? Ja. So, dann reicht das mal. Nix. Ausruhen. Entstanden. Dann gucken wir mal, wieviel Zeit wir noch haben, beziehungsweise die lange Zeit noch dauert. Also wenn wir nämlich die Liste nicht mehr haben, das stand doch da in dieser Questbeschreibung in der Lösung. Ähm. Dann gäbe es noch irgendwen in Kasadis, der noch aussagen kann. Ich weiß aber nicht, ob ich unbedingt Bock habe, wieder nach Kasadis zu rennen. Ah ja, euer Vasell hat geholfen. Immer wieder gerne. Insgesamt 185.000. Ja, nicht schlecht. Ein Harpienmantel. Ein Harpienmantel. Möchtet ihr die älte Ausrüstung verwenden? Nein. Ja, schon fein gemacht. Oh, jetzt kommt wieder Zugriff auf den Server. Warum? Ich hab doch schon alles. Mach. Ah da, verbleibende Tage zwei. Ähm. Gucken wir mal schnell, was die da so Neues anhat. Den Harpienmantel hat die einen Mantel des Schwertkampfes. Der gibt doch mehr Abwehr. Wer ist? Aber der ist, als er ist Stufe 1. Huuiuiuiui. Gucken wir mal schnell, wenn wir etwas aufbessern können. Ähm. Nee. Eigentlich hab ich keinen Bock wieder nach Kasadis zu rennen, aber was mit dem Vorneval passiert, ist mir eigentlich auch egal. Habe ich nicht bis zum Morgen geschlafen? Ganz schönes Scheißwetter. So. Ne. Den Harpienmantel, den können wir verbessern. Oh, dann wird er leichter. Cool. Hier können wir auch nichts verbessern. Und da auch nicht. Tja. You can't go wrong. Ach, dort sind die Sterbe. Ich wundere mich schon, warum da die ganze Zeit Magie steht. Tja. Alles schlechter. Wie sollte es auch anders sein? Ne. Kaufen müssen wir nichts. Also, komm mal wieder. Ähm. Ich wundere mich jetzt, glaube ich, einfach noch zweimal pennen und mir dann angucken, was mit vorne passiert. Hey. Ein Freund wird wieder smart sein. Ja, ja. Was wird es heute sein? Entstanden? Oh, nein. Dann gucken wir uns den Prozess gleich mal an. Komm mal hin. Nein, die kannst du nicht schon wieder irgendwem geholfen haben. Jetzt hör auf mit dem Zugriff auf den Server. Das ist doch öde. Die Frist endet bald. Ja, ist mir egal. Nur ein G-French. Habt ihr Pick. In ihr Lieblings. Was wird es heute sein? Entstanden? Immerhin bin ich ja nicht der Richter, sondern nur der Beweisesammler. Ne? What? Wie kann er denn schon irgendwem geholfen haben? Das geht doch gar nicht. Ja, ist wunderbarer Boden mitgebracht. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Wir können weiter. Erkundigt euch noch den Urteil. Oh, zum Rundenplatz, boah, da so war weit. Na, gucken wir mal, was mit vorne, weil so passiert ist. Kontrollpunkt. Im Saal? Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Ah, das ist nicht so schlimm. Mit 5000 kommst du wieder raus. War ja eine coole Verhandlung. Ja. Das freut wahrscheinlich den kleinen Mann. Hört sich nicht gut an. Oh. Das war... Ach, da fällt mir ein, das habe ich glaube ich noch gar nicht geguckt. Ich meine, mir hätte irgendwer in den Kommentaren geschrieben, man sollte mal neben der schwarzen Katze... Moment, glaube ich da überhaupt gerade richtig hin. Äh, wo ist er denn? Da ist er doch, ne? Ja. Links, rechts, links. Da soll irgendwo ein Händler sein, der auch Sachen verkauft. Irgendwo hier. Ich weiß aber nicht genau, wo. Wird hier auf der Map nicht angezeigt. Oder doch? Wahrscheinlich doch. Kaufmanns Haus. Oder ich muss die Häuser nochmal durchsuchen, das habe ich ja eigentlich auch gar nicht gemacht. Nimm dies, üble Kiste. Äh. Achso, das hier ist jetzt das Kaufmannshaus. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, hier gibt es gar nichts. Hier gibt es ja wirklich gar nichts. Oh Mann. Öde. Hier ist doch überhaupt kein Händler, oder? Jetzt sehe ich das irgendwie falsch. Die Residenz. Oh, was ne Residenz. Aber wenigstens ne Kiste. Weißer Liqueur. Juhu. Weißt du, man kann nur Türen öffnen, die kurz leuchten, ne? So weit. Was kann man denn noch so bei dem Kaufen? Wahrscheinlich nix. Reisesteine. Goldenes Bastard-Schwerz. Ich bin sicher, dass du ihn findest, auf jeden Fall. Madeleines Laden. Doch, die hier war das. Genau, Madeleine. Die wir da mal verfolgt haben. Heil, Arisen. Sieht so dauer, als ich immer sehe. Was? Ich bin nicht mürrisch. Ich helfe jedem. Ich habe eine Prozesse, die vielleicht ein paar Schmerz in die Schmerz. Wenn du... Na, es ist so. Ein Peddler ist nur so gut wie ihre Verkaufgaben. Für meine eigene Rolle, dass ich sowohl kalt und schön bin, habe ich wenig Probleme, in den Inventorien zu halten. Die Verkaufgabe führt zu einer Verkaufgabe. Also, ich suche neue Weaponsmiths, um meine Verkaufgabe. Ich habe einen bestimmten einen in mir, ein Mann mit singulierer Talent, aber kostischer Temperament. Wie viel wie du, in Wahrheit. Der Smith hat die Zuschauer mit allen, nur einzelnen Klienten. Und auf solche Klienten bestellt er einen Eidol. Also, wenn ich so eine Figurin bekomme, hätte ich ein singulieres Recht, seine Verbraucher in diesen... Es gibt keine Kosten, die ich nicht verbrechen werde. So, was sagst du, Arisen? Aber das ist ein Job, der am besten zu deinem Talent ist. Du findest nichts, was hier die schönsten wehrt. Gabe der Kraft? Der Metzen? What the fuck? Flamirin? Imperiale Säure? Oh Mann. Naja. Tja, hätte ich von der Figur doch mal eine Kopie gemacht. Wobei die hätten ja mal erzählt... Ähm... Das es zwei Punkte gibt, wo man so eine Figur kriegen kann. Ja, genau. Ich habe einen Eidol in Grand Sorin gesehen, der mit dieser Deskription befindet. Eine Frau hatte es, wie ich erinnere. What? In Grand Sorin? Wofür bin ich denn das letzte Mal durch die Gegend gejuckelt? Ich habe mich erinnert, dass Figurinnen nahe am Haus des Drakons gebrochen und in der Witchwolf gesehen hat. Ich habe mich erinnert, dass Figurinnen nahe am Haus des Drakons gebrochen und in der Witchwolf gesehen hat. Aber die hier hat... Die hat jemanden in Grand Sorin mit so einer Figur gesehen. Sehr seltsam. Okay. Aber... Ahem... Komm... Ahem... 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 Oh... Ahem... Ja, muss man wieder suchen. Ne, muss nicht sein. Wir gehen mal zu... Wie hieß der? Oldis? Ja genau, Oldis. Und reden über das Urteil. Außerdem müsste der die nächste Quest haben. In den Hexenwald werde ich mich sowieso nochmal aufmachen, weil ich da noch nicht drin war. Irgendwann. Aber nicht unbedingt jetzt. Erstmal gucken, wo uns die nächste Quest vielleicht hinbringt. Vielleicht in den Hexenwald. Da könnte ich der einen dann auch direkt hier dieses Granseskraut geben. Hm. Ach stimmt, die Vasallen dürfen ja eh nicht mit den Niveau kommen. Oder hat er sich denn da gerade gewirkt? Doch, eigentlich ist das schon leicht, sich da reinzuschleichen. Ich war schon zweimal da. Ne, dreimal. Einmal bin ich festgenommen worden, glaube ich. Ich glaube, ich bin fast jedes Mal festgenommen worden, wenn ich hier rumlaufe. Bleib stehen. Das kommt davon. Null Probleme. Okay, das war einer der Aufträge, die man eigentlich nicht vermasseln kann. Viele in dem Kastel betreuen, dass ich deine stolzen Töne betreue. Ich betreue mehr Töne, die deine Atenung brauchen. Betreue, mach deine Wahl, Sir. Lady Mercedes beistehen, das hört sich auch gut an. Ich habe eine Aufgabe, die ich mit dir eingestellt habe, Sir. Aber Herr Mercedes beint, dass es sie ist, als sie es ist. Sie war sehr glaubwürdig. Aber sie ist ein König, mit gutem Hoffnung, um uns zu helfen, sie bleibt die Frau von Hearthstone. Es macht mein Herz keinen Sinn, sie zu sehen, dass sie so gefährlich machen. Ach so, in der Gesicht der Ardenten-Petitionen war nichts, was ich tun konnte, aber zu erreichen. Kann ich bitte, dass du zumindest mit ihr unterstützt, Herr? Sie muss sicher sein. Mein Dank, Herr Rissen. Ich bitte, geh mit Herrn Mercedez. Sprecht mit Mercedes. Na guck mal an, der ist auch schon aufgestanden. Wo ist die alte denn? Hochmut kommt vor dem Falten. Ach, die steht direkt am Tor. Praktisch. Ah, genau, mach schon mal die Tür auf. Zack. Da ist sie ja. Howdy! Dies Tag ist, ist mein. Ich werde nicht mehr auf der Dukes Hospitalität sein. Und sicherlich, du hast genug Glück, Sir. Verzeih mir diese eine Chance, mich zu erledigen. Ich werde mich selbst erledigen. Puh. Das ist schwierig. Erfülle ich ihr jetzt ihren Wunsch oder nicht? Ich befürchte so ein bisschen, wenn nicht, dann geht die drauf. Drei. Ich bin es. Es geht nicht, ich bin es. Das ist das, was ich auch zu diesem Thema beschäftigt. Die Frage ist, Herr Julian. Es gibt es auch zu sehen, Herr Julian. Es gibt es die Gäste, die Blut des Südkne, in der Stadt der Gäste. Herr Julian. Er hat sich vor kurzem eine Zeit nach dem Kabel. Aber du hast keine eigenen Reise, um zu gehen. Ich werde dich nicht mit uns zu sein, aber ich kann auch nicht warten. Folle, wenn du möchtest, Sir. Ich bin weg. Aber wenn wir gleich da sind, dann werde ich einen meiner Zielkristalle auf jeden Fall hier irgendwo verbuddeln. Ich glaube, ich werde einen hier hin tun, damit man dann noch die Kreuzung hat, hier hinzugehen zu dem Krummklingencup. Dann kommt einer in den Westen. Ja genau, irgendwo hier hin. Und hier muss ich noch viel weiter. Ich müsste mal die Verbindung hier suchen. Ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Oder beziehungsweise nachdem ich da mit der Quest fertig bin. Jetzt brechen wir erstmal auf. Joa, Vasallen habe ich erstmal. Wir wissen den Weg nach der Stone. Lass uns die Haste machen. Gut gemacht, Sir. Der Stone des Norden ist nicht so weit von der Kapital. Ich werde dich hinlegen. Scheiße. Ich hätte gedacht, die kommt jetzt auch da aus. Mach das Tor auf. Kann ich hier durchspringen? Nee. Kommt Leute, hopp hopp. Na, ich bin sicher, dass wir uns nicht fertig sind. Dann haben wir nicht so weit von der Erde noch nach. Das war die schweren Tage. Aber deine Kindheit. Andere Rache sind wirklich so wein, dass die Leiter der Städte an den Städten entstanden. Ach ja. Ja, gucken wir mal, ob wir die alle noch einholen können. Also zwei Zielkristalle habe ich mit, ne? Ja, alles klar. Einer kommt definitiv in den Norden. Werdet ihr euch niemals verirren? Ja, also da, wo ich langlaufe zwischen Norden und Westen, kann ich mich schon gar nicht mehr verirren. Manche Dinge lassen sich nur von bezwunglichen Feinden, oh ja. Obwohl mir noch einige Feinde fehlen, habe ich das Gefühl. Ja, und den Weg, beziehungsweise die Quest, wie die weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann.